ist fünf und diese eine es gibt so eine mauer hier immer die zwölf ja das soll dahinter ich mache bei 12 das heißt wir sind jetzt ja dann ist ja durch check quasi die verteidigen schenken check ist fünf oder ja 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 ich könnte ihre feine weglegen ich kann hier hinterher rennen wir arbeiten mit hittanks und also wenn man strategisches gut auf play ich habe jetzt gerade bei mir auf der fünf ja wenn ihre fallen runter ich mache mal kurz eine schraube ok check ist keine falle er lief mich lief mich main könnte man getrapt haben sie spielt rein gerade auf die zwölf ist 99 prozent ja ich mach gleich ich muss leider lieben und damit geht aber das ist nicht mit franklins versehen ist mein abgeblich ist ja kein franklin wenn dann nur eine forder ich bin rancor ich mach gerne auch bei 6 gleich an ok ich gehe gleich main aber meint du musst ja habe ich also sie hat franklin stimmt und jetzt organisiert euch einer gebühr ist vielleicht da gewesen hat es einer der nächste dran ist der rest an die chance freunde ich bin ich bin ja ich habe eine falle drauf lasst man auf main dann jetzt soll ich an ja ja absolut die absolut geil sie ist immer noch main die treppe hoch sie geht treppe hoch deswegen kann man macht der so lernt also der war schon wirklich recht der war schon ja ich bringe neue blästmann vielleicht können sie schwer keine ahnung die tolls anscheinend ich habe selbst schon aufgegeben wenn ich jetzt nicht freunde ist mich für sechs kein franklin hat sie nicht ich ziehe sie hoch auf drei ich ziehe sie weiter die willkommitte aber verdammeln dann muss man ja da wird ihn da ist was fertig genau damit in der stelle ist es angefangen auf der elf genau ganz entspannte ich supporte dich jetzt auch wenn die falle liegt oder für ihr tank und ich bin nur rank one also ich bin einfach am ende ja 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 wenn ich in eine fahne auf ist jetzt jetzt schon ein bisschen mehr zu tanken jetzt ist prozent naja ich kenne warum ist sie ewig ich habe keine falle zu lassen ich jetzt einfach hier um das sollte ewig geben die pass auf die will 70 prozent ich bin am geld dann auf der 12 jetzt wird 90 sie kann halt nöt haben leute da müssen dann fressen ich habe ihn bekommen ja ja aber sie gibt zu klären ich lasse mich noch hinten weil ich doch deliverance hat ja ja keine ahnung wo ich habe ja okay er macht ihr auf ich habe keine falle zu latschen ich bin ich bin voll ich bin 99 das dauert ein bisschen okay ich bin zwölf ich komme ich komme ich komme und mein bilder aus wir kommen denken ich komme um die mauer ich bin rechts rum rechts rum rechts rum geht da geradeaus zum tür geradeaus zur tür rechts rum rechts rum kannst du möchtest okay oh fuck was da ist da hier war hoch ein hoch ein hoch ein der dänster hier drin einfach nur ein wer vorwerbler wirst nicht mehr ich habe ich habe in der region gleich aufstehen ich kann gleich aufstehen gleich 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 jetzt nicht du musst ihn jetzt den scherz deines lebens wenn wir was macht sie das macht sie die kommen rein jetzt bei uns halt ich schon sie nimmt mich mein gottes perfekt das ist ob sie behalme okay ich gehe in die palette rein das habe ich nicht ich kann nicht ich kann ich halte den haken für mich ich kann runter springen und aufsichts anhoben aber da haben wir lassen dass wir am auffall ausgang die hübsche zum ausgang seine form ist eine falle vor mir alles kann dass du dass du dann nennen wir das bekommst oder ich werde nicht raus ihr könnt euch hier ein bisschen ich nicht glaube ich habe 50 sekunden ich kann aber kriege ich nämlich wenn ich abspringen nein aber wenn ich heute ab ich kann halt an und geben ja 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 das kannst du machen ja mach ja sowohl sobald möglich sind du laufs los ich kann auch nicht helfen wichtig und jetzt heißt du noch da ja 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 da ist gleich weg ich habe mir das die hat er auf gehabert das hätte das dabei glaube ich ja das ist ein bisschen kritisch ja ich muss noch warten bis ich mich hier der timer ja ja der timer kommt noch dazu kommt ja auch mal nach vorne wir brauchen einfach wir müssen warten dass wir sehen können dass die zeitlich knapp ich kann mich noch nur keine falle auslösen alles gut ich bin 80 meter deliverance value und ein schönes gamer hat oh ja